Hallo, ich heiße Reinhard Rieder, bin 46 Jahre alt und ich möchte dir auf diesem Weg einfach meine Hilfe anbieten in Bezug auf Fragen über Dianetik, Scientology, über Elrond Huppert, über Kurse, über Bücher, also alle Arten von Fragen, die du einfach hast in diese Richtung. Das ist natürlich alles auf privater Basis von mir aus dem schönen badreichen Hall, blauer Himmel, wie man sagt, weiß-blau und natürlich auch alles kostenlos. Du kannst jede Art von Frage stellen und ich versuche das wirklich schnellstmöglich und nach meinem besten Wissen, also wie gesagt mit meiner langjährigen Erfahrung zu beantworten und freue mich von dir zu hören. Kontaktieren kannst du mich ganz einfach unter info at Scientology-hilfe.de Du kannst dich auch bei mir im Newsletter eintragen, dann kriegst du immer die aktuellsten Infos. Okay, Servus!